Hallo und herzlich willkommen in Pinknackers Kochstudio. Ich begrüße euch recht herzlich in meiner Küche und das letzte Smoothie Video ist ja richtig gut angekommen. Ich war super erstaunt und freue mich natürlich. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal wieder eins. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Ich wollte eigentlich Mango Lassi machen, aber leider war meine Mango schon zu reif und deswegen mache ich heute eigentlich nur Pfirsich, Banane und einen Apfel und etwas Milgenjoghurt dazu. Ich habe hier minus L, also Laktose frei, weil ich einfach Laktose nicht vertrage. Dann habe ich schon das Glas mit Eis gefüllt. Das darf schon mal vorkühlen. Und deswegen schälen wir jetzt einfach mal den Apfel. Und ihr seht, ich habe mir da so eine Tüte genommen und da schmeiße ich jetzt die Abfälle von den Früchten schmeiße ich da rein. Weil wenn man das einfach so bei dem warmen Wetter in die Mülltonne schmeißt, könnte es sein, dass du nachher hier eine Armee an Fruchtfliegen in der Küche hast. Das ist nämlich schon mal passiert und das ist echt super unlustig. Also ich mag es halt nicht. Ich meine, wer Leben in seiner Küche mag, der kann das natürlich auch gerne offen stehen lassen. Da bildet sich dann so das ein oder andere. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, denn wir wollen ja was Leckeres machen, beziehungsweise ich hoffe, es wird lecker. Denn ich habe dann auch noch wieder mal wieder nicht ausprobiert vorher, wie das so kommt, wenn ich hier so ein paar Früchte einfach mal da reinschweiße und Joghurt dazu kippe. Aber ich hoffe, es wird lecker. So, Apfel ist geschält. Zack, jetzt entkernen wir das gute Stück noch. Dafür viertel ich ihn einfach, um dann einfach den Kern rauszuschneiden, weil das will ich jetzt nicht unbedingt da drin haben. So, dann einfach nochmal durchgeschnüppelt und da rein. Ich denke mal, ich werde noch ein bisschen Zucker da rein machen und werde erstmal nur die Früchte durchquirlen und danach den Joghurt dazu packen. Weil ich denke, dass eventuell der Joghurt bei den hohen Umdrehungen eventuell umkippen könnte. Das heißt, ja, also Joghurt ist ja generell immer ein bisschen empfindlich, wenn man das so nimmt. So, da packe ich jetzt auch schon gleich mein Eis rein. Ein bisschen Wasser auch dazu. Jetzt ein wenig Zucker. Ich mag es halt süß. Muss man nicht machen. So, und dann Deckel drauf, meine Freunde. Ich habe das extra mal so gedreht, dass ihr das auch alles sehen könnt. So, jetzt. Power on. Kann man das so gut sehen? Okay? Okay. Na, na. Let's go do that shit, baby. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Geruchstest ist auch in Ordnung. Es ist ein bisschen dickflüssig. Ja. Und jetzt der Joghurt. Ich denke, das sollte erstmal reichen. Also ich muss auch dazu sagen, den Joghurt, also den Zucker habe ich auch da rein gemacht, weil der Joghurt immer ein bisschen, ja, nicht unbedingt süß ist. So, und dann das Ganze nochmal in das gute Stück, aber diesmal nicht ganz so viel Umdrehungen. Ich habe mich mal dazu entschlossen, jetzt noch ein bisschen Flüssigkeit einzufüllen. Ich habe mir vorhin den Fingern geklemmt. So, und ich mache ein bisschen Orangensaft rein, damit das Ganze ein bisschen flüssiger ist. So, Deckel drauf. So, jetzt Der zieht so viel Strom, dass halb Berlin tot ist. Gerade hat sich meine Lampe verabschiedet. So, mein vorgekühltes Glas. Und? Das sieht lecker aus. So, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst dir einen Daumen nach oben da und teilt es mit euren Freunden. Ich würde mich super darüber freuen, wenn wir es tatsächlich schaffen, bei dem Video 1000 Likes zu bekommen und vielleicht 10.000 Aufrufe. Also diesmal, ich glaube, ungefähr 2000 mehr als beim letzten Video. Darauf stoße ich mit euch an. Auf die Gesundheit. Vielen Dank für's Zuschauen und tschö. Das ist lecker. Probiert's mal aus, das ist lecker. Das ist lecker. Kapitel No, we are real as can be You still amaze me